Perix PX-1200 Perix PX-1200, eine Gaming-Tastatur im unteren Preissegment. Gaming-Tastaturen sind natürlich Hochleistungstastaturen und von Haus aus schon ein kleines bisschen teurer. Aber es gibt auch im Unterpreissegment durchaus sehr hohe Qualität. Natürlich gibt es nicht diese austauschbaren Cherry-Tasten oder so etwas. Der Druckpunkt ist gut. Man kann vernünftig damit arbeiten und auch schreiben. 18K Anti-Ghost, also bis zu 18 Tasten kann sie anscheinend gleichzeitig vertragen. Bevor sie dann Fehlinformationen raus hat. Es wird bei allen Rezessionen erwähnt, dass der Anti-Ghost super funktioniert. Das ist ja für unsere Zockerfreunde sehr wichtig. Und wir haben natürlich im Unterschied zu diesen teuren Gaming-Tastaturen eben nicht nur die Tasten, die natürlich zwar mechanisch sind, aber natürlich vom Aufbau her einer Cherry-Taste natürlich das Wasser nicht reichen können im Endeffekt. Das ist ganz klar. Aber sie sind gut genug. Die Tastatur ist ausgelegt für 10 Millionen Tastenbewegungen. Und bei der Beleuchtung sehen wir jetzt schon mal den ersten größeren Unterschied. Sie ist von unten komplett beleuchtet. Also nicht jede Taste einzeln, sondern es gibt eine Flächenbeleuchtung, die von unten durchscheint. Während bei Hochleistungstastaturen dann eben nur die Taste innen beleuchtet ist, sieht man hier also diese Ränder außen rum. Es gibt ja Leute, die das bevorzugen. Das sieht dann ungefähr so aus. Wenn man das dann mal hochdreht, dann haben wir das hier. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gut gesehen hat. Okay. So. Jetzt können wir da verschiedene Farben einstellen. Ja. Blau, Rot, Lila und dann natürlich Oktoberfest. Ja. Da geht die eben so durch. Jeder eben das seine. Wer das so will. Wunderbar. Und man kann sie natürlich auch ganz abstellen. Und hier über dieses Rädchen eben dann die Dynamik oder die Lichtintensität. Okay. Dementsprechend seinen Wünschen anpassen. Wir haben hier fünf Tasten. Das eine ist für den Media Player. Dann laut leise. Und Lautsprecher stumm oder irgendwie sowas. Und da haben wir eine Windows-Taste, wo man Windows sperren kann. Es ist eine Full-Sight-Tastatur. Wirklich mit angenehmem Druckpunkt. Nicht so leicht, nicht so schwer. Und hier haben wir eine Handballenauflage. Und man sieht es vielleicht hier jetzt. Das sind die ganz kleinen Zäpfchen, von denen ich vorhin schon mal in einer anderen Rezession gesprochen habe. Sie sind wirklich ein bisschen arg dünn. Lassen sich ein bisschen bewegen. Das ist der Vorteil beim Einstecken. Falls das nicht alles so ganz genau und man über Winkel ein bisschen einstecken muss oder einsteckt, dann brechen die nicht gleich und so weiter. Aber das führt natürlich dazu, wenn man es dort hat, darf man die nicht einfach hochheben und das nicht mit hochheben. Sonst, dafür sind die Zäpfchen einfach nicht stabil genug. Sondern ich muss sie halt dann seitlich auch mitführen, wenn ich sie irgendwo hinlege. Sonst werden die Hebelkräfte zu hoch und das Ding reißt ab. Wir haben ein 1,8 Meter Kabel dabei. Das ist Kunststoff ummantelt. Das ist sehr positiv, was das Abknicken und so weiter anbelangt. Und sie lässt sich ganz einfach pern einstecken. Zack, das Ding läuft. Es müssen keine Treiber geladen werden, nichts. So, unten haben wir dann noch eine doppelte Erhöhung. Einmal kann man diese kleinen Teile hier rausholen, die dann am Schluss einrasten. Oder eben die noch höheren. Je nachdem, wie schräg man das Ganze machen will. Man kann auch die Kabelführung unten verändern, eben zur Seite raus oder hier raus oder hier raus. Und haben vier so Gummiteile, die wir allerdings... Da haben wir sie auch. Und wenn sie dann schräg steht, dann setzen diese trotzdem noch auf. Also, da verkratzt nichts oder so. Die könnt ihr ganz normal auch auf so einem schönen Holztisch aufstellen. Und es geht nichts kaputt. Und sie verrutscht natürlich nicht so leicht. Und wenn man sich das mal anschaut, also das ist natürlich dann schon ein ordentlicher Winkel. Also, wenn ich jetzt das Ding da unten noch mit Torten habe, dann kann ich hier schon wirklich feinerle arbeiten. Okay. Sie ist, wie gesagt, im Unterpreissegment. Es gibt momentan nach meinem Dafürhalten, also ich habe nichts gefunden, was dieser Tastatur in diesem Preissegment das Wasser reichen könnte. Unter der Beschreibung der Tastatur und das Wort sind natürlich noch Zusatzinformationen, was sie wiegt, wie breit sie ist, bla bla. Da habt ihr dann diesen gelben Button wieder, wo ihr, wenn ihr draufklickt, zu Amazon kommt, schauen könnt, was sie momentan kostet. Lieferzeit oder nicht und, und, und. Ja, und natürlich die Rezessionen, nicht vergessen, immer ganz wichtig. Aber die sind alle bis jetzt. Wunderbar. Also, kann man wirklich empfehlen, die Leute, die was zu meckern haben. Es gibt ja immer Leute, die auch im untersten Preissegment dann noch eine Spitzentastatur für 500 Euro haben wollen. Ja, das sind alles Marginalien, also nicht wirklich irgendwas, was relevant wäre, um ordentlich zu spielen, um ordentlich zu schreiben, um vernünftige Performance fürs Arbeiten zu haben. Also, Kaufempfehlung unbedingt für eure Kinder oder so, ja, weil Zocker, die legen natürlich dann richtig mal los, ne. Also, da in der Hektik, zack, 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 da wird dann auch mal ein bisschen fester reingehauen und das verträgt die Tastatur halt relativ gut. Ja, also, that's it. Ja, also, da in der Hektik, zack, 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 zack. Tastatursthyr rheum enemigen.